hallo leute willkommen zu meinem neuen projekt super mario land ja ich habe das jetzt irgendwie gefunden keine ahnung warum nein das wollte ich nicht ja ich starte mir erst mal das spiel ja wie ihr seht die ältere vision weg und ein pilz super ich habe das gibt es auch ohne farbe aber ich habe es mit farbe gefunden super oder weil ohne farbe in schwarz weiß das würde nicht so viel spannend sein und bämm 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 und kumpel komm her super die kugel sehen so witzig aus ach scheiße ich glaube da oben gibt es ein leben ich glaube etwas war das jetzt okay ach so okay okay nein was war das jetzt habe ich jetzt gemacht was war das dieses spiel ist unlogisch wie ihr gerade seht und das ein stern meins die musik ist geil die 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 Juppie. Ja, das ist mein neues Let's Play. Ich glaube, das werde ich auch schnell vorbei. Ah, okay, okay, okay. Okay, zwei Leben dazu. Ich glaube, das werde ich auch schnell fertig haben. Glaub ich jetzt mal. Das wird ein kurzes Let's Play werden. Ich glaube, zehn Parts oder so. Hopf ich jetzt mal. Es soll nicht so viel werden wie bei Super Mario Advance. Ach, Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ey, wenn ihr jetzt runterkommt, okay. Okay, der scheiß Gumba kommt, ist klar. Scheiß nerven, der Gumba. Ey, wie soll ich jetzt da rüberkommen? Oh, das war knapp. Ich dachte schon, ich sterbe. Stirb. Ich bin so gut. Ich bin einfach zu gut. Verschwindet hier. Ey, ich habe schon genug Blumen, okay. Oh, scheiße. Das war knapp. Okay, 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 okay. Ach, du Fick dich. Fick dich doch. Ich schwör auf alles. Ach, das war knapp. Ach, das war knapp. Oh nein, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Ein Herd. Okay, kein, ein Abpilz, aber egal. Oh nein. Äh, nein, nein, nein. Oh nein. Die, 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 die. Ich glaube wirklich, dass in diesem Part sehr viele Levels fertig habe. und leute eine frage wenn ihr wisst wie man wenn ihr wisst wie ich meine leistung wieder hermachen kann sagt es mir bitte außer diese programm auszuschalten ich habe das schon gemacht und trotzdem ist das langsam und aber ich glaube es werde sowieso nichts bringen was ach fick dich die musik ist gern mit abo das war knapp da gibt es bestimmt nichts hoffe ich jetzt mal ach du scheiße was ist das hier ein teil weg scheiß gumba verpiss dich hallo ach so ich dachte schon können ich komme jetzt nicht hier weiter mann was denken die eigentlich diese teile fickt euch ihr schafft mich trotzdem nicht und du auch weg und du bist auch noch weg du bist auch weg denn denn weg ich habe so ein gefühl dass gleich der bost kommt er das soll jetzt ein witz oder das soll jetzt ein witz diesen paar da warte wieviel minuten sind vergangen das muss ich mal gleich nachgucken oh prinzessin schwarz thank you mario oh daisy daisy was oh daisy daisy ok die heißt nicht pjs daisy ein leben dazu supi aber ein raumschiff wartet ok es geht weiter warum ein raumschiff das verstehe ich jetzt nicht und das hat ein gesicht glaube ich aber egal das hier mit farbe deswegen ist ein bisschen anders glaube ich und diese fische sind aggro mäßig aus ok ok die wolken sehen cool aus du scheiß guck dich mann meins wo mich denn jetzt gelandet warum bin ich denn hier gelandet du das war knapp das war knapp was was jetzt los mit mir warum sterbe ich jetzt in diesem level what the fuck was los hier warte vielleicht jetzt ja jetzt kommt hier spaß dies die die ach fick dich meins komm her koopa komm her ach scheiße die explodieren hier ja ja das sind explodierende koppers ich weiß auch nicht was ich dir finde dabei gedacht haben und das erste level auch geschafft wie bitte was war das denn jetzt what the fuck was war das denn what the fuck what the what the what the fuck ja ich weiß bei dem noch ein raumschiff oh scheiße das wird knapp oh geschafft meins oh töten ha headshot ich frage mich ob ich in die rohe eigentlich kann also hier kann man auch in die rohe ok damit die musik ist eben schillig genau in die lava fick dich man Mann, da kommt hier ein Pilz raus. Ach, du. Och, Mann. Komm her. Komm her. Du. Mann. Mann. Wieso verarscht mich dieses Spiel hier? Wieso? Du fickt dich. Okay. Oh, das war wieder knapp. Kann ich wieder rein? Nein. Du scheiß Delfin, wie berührst du mich? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das ist so asynchron. die okay noch paar minuten also genau zwei minuten oder so 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 geschafft wartet okay es geht weiter ja genau wie ich du spaß sie und das war jetzt ein doppel kill aber richtig okay die kann nur noch einmal wegstecken wir haben nur eine minute das schaffen wir noch was ist das denn töten nein hier scheiße wie ne fasst mich nicht an das macht voll spaß